Trotz Regens hat es sich Prinzessin Kate nicht nehmen lassen, am Samstag einem Rugby-Match beizuwohnen. Im Viertelfinale des Rugby League World Cup trafen England und Papua-Neuguinea aufeinander. Im roten Mantel von Alexander McQueen und mit großem schwarzen Regenschirm trotze Kate bei ihrem ersten Besuch eines Live-Matches als Schirmherrin der Rugby-Football-League dem Wetter. Anfang des Jahres hatte sie die Rugby-Schirmherrschaften von Prinz Harry übernommen und unter anderem auch an einer Trainingseinheit im Twickenham-Stadion teilgenommen. Es sei eine Ehre, Prinzessin Kate im DW-Stadium in Wiegarn empfangen zu können, hieß es auf dem offiziellen Twitter-Account der Weltmeisterschaft. Vor dem Beginn des Spiels traf sich Kate unter anderem mit den Spielern beider Teams. Neben ihr verfolgten dann im Stadion mehr als 23.100 Menschen das Match, ein neuer Rekord für ein Viertelfinale des Rugby League World Cup. Besonders die Engländer dürfte Prinzessin Kate selbstverständlich angefeuert haben, wie auch Bilder von vor der Partie andeuteten. Einige Aufnahmen zeigen etwa, wie sie vor dem englischen Spieler Sam Tompkins die Finger kreuzt, eine Geste, die in Großbritannien oftmals genutzt wird, um viel Glück zu wünschen. Auch wenn Kate die Daumen drückte, hatte das Team dies gar nicht nötig, konnte es doch einen souveränen Sieg verbuchen. Die Mannschaft wird nun im Halbfinale auf Samoa oder Tonga treffen.